Um Europa mitzugestalten und das Beste für Österreich aus der EU herauszuholen, braucht es auch die besten Köpfe in Brüssel. Als steirischer Vertreter der ÖVP im Europaparlament ist Johannes Frank daher eine gute Wahl. In seiner Funktion als Landesvorsitzender des Uni-Management-Clubs Steiermark stellt er Studierenden ein Netzwerk für das weitere Berufsleben zur Verfügung. Die aktive Förderung der Jugend hat für ihn dabei oberste Priorität. Im Europa der Zukunft sieht er großes Potenzial, das es noch weiter auszubauen gilt. Wir haben ein Plus mit 40 Prozent in dem Budget, was Erasmus Plus betrifft, das sind 40 Milliarden mehr. Wir müssen auch verstärkt auf den nationalen Ebenen schauen, dass die Voraussetzungen erleichtert werden und auch bürokratische Hürden gelockert bzw. ganz beseitigt werden, was zum Beispiel gerade hier auf dem universitären Boden die Anrechenbarkeit von Lehrveranstaltungen betrifft. Hier muss noch einiges gemacht werden für einen leichteren Zugang zu Erasmus im Allgemeinen für Studenten, aber auch für Schüler und Lehrlinge bzw. junge Unternehmerinnen und Unternehmer. Junge Menschen brauchen Chancen, Zuversicht und Sicherheit. Sie noch stärker in die europäischen Institutionen einzubinden, um Europa aktiv mitzugestalten, ist für den jungen und engagierten Politiker von zentraler Bedeutung. Es ist sehr wichtig, dass die Steiermark und auch Österreich bei der EU ist, weil wir hier sehr viele Möglichkeiten schaffen. Die Steiermark und auch Österreich hat hier den Vorteil, dass wir ein Programm zum kulturellen Austausch haben. Und die EU auf der anderen Seite schafft auch die Möglichkeit, ein internationales Netzwerk zu knüpfen, Erfahrungen zu sammeln und sich allgemein persönlich weiterzubilden. Und genau das hier ist extrem wichtig in der EU und genau dafür treten wir auch ein. Die Europäische Union – ein Projekt für Frieden, Freiheit und Stabilität. Diese Werte sind für Johannes Frank auch in Zukunft die Basis des europäischen Gedankens. Europa war und ist auch immer noch ein Friedensprojekt, das sehr gut funktioniert. Und die Jugend hier mehr noch einzubauen, das ist extrem wichtig und das wollen wir, wenn es geht um unsere Jugend und um unsere Zukunft, die wir verbessern müssen. Und da sind alle Möglichkeiten noch vorhanden und die müssen wir ausnutzen für ein besseres Europa und somit für ein gutes und sicheres Österreich. Johannes Frank – ein würdiger Vertreter der Steiermark für das Europäische Parlament in Brüssel.